Den Speisefisch mit dem FIAP ProfiWork Salmofix Messer öffnen. Dazu am After des Fisches einhaken und mit dem FIAP ProfiWork Salmofix Messer vom After bis zur Kieme mit einem geraden Schnitt öffnen. Nach dem Öffnen des Fisches wird dieser erneut vom After her an das Mundstück herangeführt und die Innereien werden über das vorhandene Vakuum in den FIAP ProfiWork Salmofix Sauger befördert. Diesen Vorgang wiederholen bis alle Innereien restlos entfernt sind. Den Schlund des Fisches durch Betätigen der Pilztaste abtrennen. Die FIAP ProfiWork Salmofix ist komplett anschlussfertig. Im Lieferumfang der FIAP ProfiWork Salmofix Wand ist enthalten. Der FIAP ProfiWork Salmofix Kopf, der FIAP ProfiWork Salmofix Kompressor, der FIAP ProfiWork Salmofix Sauger sowie eine Wandhalterung. Im Lieferumfang Im Lieferum partial Im Lieferum staring ássaka